hallo zurück zum wb weiter geht's wir sind im adenwald angekommen ist mit dem drohmann in taschmoor reden dann machte mal hallo geistestals für netzshow vom gastetal ok traumweber sprechen traumweber in den ruhigen teils zu ihrem oder ok das wird der könige nicht gefallen stimmt gefällt dir nicht ich mache es mal neu mit ihr verscheuchen willst am fliegen ok ich danke euch diese teile sind gerade nicht sehr ruhig die müssen wir schon mal okay für nie marta animat gaben die tiere und das wort bin ich nicht tschüss acht stück davon was einsammeln bestimmt da haben wir schon mal auf was ja ja sehr gut ganz ruhig kätzchen ganz ruhig nicht aufregen du auch du kommst du gleich in den himmel zu meiner wildsamen anima angereichert die wildsamen keine anima und die geister in ihnen werden nicht wiedergeboren die sich ist nix weiter wenn wir mal da lang da ist wieder da ist doch das schnell ganz ruhig kätzchen allein aber grundsätzlich alles Es gibt einige, schwere Entscheidungen zu treffen. und immer genauer schmidt hallo da ist der letzte jetzt haben wir auch denken ist noch was jetzt sehe ich doch schon meinem alten trüben auge und schießt noch einer ok da kommen her es wollte alle von mir ja jetzt haben wir schon mal bringt das hier zu ende ich suche die vermissten pflege noch lieber da irgendwo ich noch ein gesehen oder weiß nicht hier schlinge hydro immer wieder noch da war ich doch bin ja nicht blind das war eine bolle aber bin ich blind muss nur ein bisschen schärfer zu sehen bestimmt viele von euch auch haben wir auch erledigt das ist sehr schön sehr schön da gehen wir mal hin zack an und für uns wenn sie eine marzapfe von fressblüten zu spüren ja ja komm her was eine fresspflanze ist auch noch nicht da jetzt machst du hier die fressblüte so eine marzapfen haben wir schon mal bewusst die bildsamtpfleger sowas befreit hier noch 22 und naturschaden ja hallo wo einmal hier einmal dauert und ja das auch noch haben ja ich muss auch noch das ja kein blitz hier pflege wildsamen pflege herausschneiden sie finden gleich vier stück auf einmal es geht ihnen wirklich nicht doch es geht das ist natürlich schon der weg aufgelöst ja egal noch zeit sehr schön los komm her ich habe kein ziel das nervt einmal das jawohl und einmal das auch mein gott wer macht uns scheiß die frist die hydra aber ich mal so schützen tippen grob prima daumen über acht hat jemand raus nicht gut gefunden und seine funktionierende hupe nicht schlecht nicht schlecht sehen ist von der hydra die garantiert macht die naturschaden da werden da ist so du auch das 8 wieder viel also noch zwei hydros langweilig mal hier lang hier da lang die fressblüte zwei skills er bin ich doch an noch eine mal wie viele noch hier mann 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 die bärgesenksfeind so haben noch vier sehr schön na kommt okay ja 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 kommt doch schon du auch noch ja und du hast recht aber jetzt ja die hydra macht das macht den schaden und immer vier stück eine hydra jetzt auch und wahrscheinlich vier fressblüten ja ich muss nichts ich auch nicht deswegen spiel ich nur wie wir können sie glaube zack 14 15 16 gott ja was ja mein auch für dich sehr schön abgeben heilen gibt es doch über die setzte einfach bis heißt es ok können alles gibt stechel vom skopi hier können stehen aber es hat ziemlich anfang der mob was war die an die jahre ja brauche ich auch ein ziel ist es dieses display zu beenden das ist mein ziel ganz toll das ist das ist das ist was bog erkennst du das ist die liked n können so haben auch dieses erledigt ich noch nicht ja komm hier mal ruhig ein glück noch besser sie auch noch besser ja genau später 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 okay das war es denn für heute das war es wieder mal von bw bis dahin schön